Leute und herzlich willkommen zu der Brandein für ein Verkleid und oh mein Gott Leute ähm und zwar bevor wir anfangen, es tut mir jetzt mal total leid, dass ich nicht mehr so viel in der Zeit hochladen kann ähm ich habe so viel zu tun in der Schule, aber bald, aller spätestens in den Sommerferien, kommt wieder regelmäßig ein neues Video ähm es tut mir wirklich sehr sehr leid, aber jetzt gibt es erstmal ein richtig krasses Video und zwar, vielleicht seht ihr es schon im Titel, wir werden es an der Ecke zu feststellen, oh mein Gott ich weiß so genau wie das geht, ich habe ein bisschen Angst ähm wir suchen jetzt erstmal unser Cover aus ähm nein, äh und zwar ich habe mich schon mal so ein paar Gedanken gemacht, weil ich wollte sehr gerne das hier nehmen weil das sieht sehr schön aus, ähm gibt es hier schwarz, ja es gibt schwarz, okay und hier wollte ich nämlich dieses Einhorn nehmen halt und das wollte ich hier so in Pink machen ja und jetzt schreibe ich erstmal den Namen ähm ich überlege mir kurz und zwar Leute, ich wollte Dark Heroes ähm ja, weil wegen dem Zeichen halt ähm und ja dann schreiben wir noch eben in die Club Decision, dass ähm 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 äh man have fun würde ich mal sagen mein Gott hier, oh echt jetzt? dann schreibe ich halt Dark Hero äh, bei der geht glaube ich auch, oder? ja, ja okay okay ich würde sagen, wir klicken da jetzt mal drauf ähm oh mein Gott, ich habe es wirklich getan oh mein Gott oh mein Gott, Leute, wir haben es wirklich getan ähm wir sind Dark Hero ähm hi hi oh mein Gott ähm hä, warum schreibt er nicht ha hi oh mein Gott, Leute, wir haben es einfach wirklich getan, Leute ja, also wenn ihr in meinen Club kommen wollt, ne dann, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare ähm, ich nehme sehr gerne Bewerbungen an ähm, und Leute, bitte bitte macht so viel, viel mögliche ähm, ähm, Club Punkte, weil ich kann im Moment nicht so viele machen, aber ich versuche natürlich immer noch wie cool, dass du in einem Club hast ja mega mache da rüber auch ein V okay ja 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 auf jeden Fall, Leute, ich bin mega, mega happy also wenn ihr gerne in meinen Club kommen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare weil und ihr könnt eine Anfrage stellen und dann gucke ich mal, ob ich sie annehme und, ähm ja, ich würde sagen das war es dann auch schon mit diesem Video ich habe jetzt hat es gefallen ähm und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr in den Club wollt und schickt gerne eine Anfrage aber schreibt in die Kommentare noch, äh, wie ihr in es in Horse Rain Tales heißt damit ich gucken kann, ob ich euch annehme und ja, es wäre gut, wenn ihr über 20 seid im Level und ja, Leute das war es dann auch schon und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video Tschüss, Leute